Also, ich hab noch einen, ich hab immer noch einen, ich hab immer noch einen, und bestimmt ist das auch total kurzer Spiel, Forgotten School, oder das hier, wie auch immer, achso, seht ihr jetzt gar nicht, so, jetzt seht ihr das, Forgotten School, auch ein Itch.io-Game? Äh, 10-15 Minuten, okay, mit Exploration, das wird den Ochie wahrscheinlich 45 Minuten aufhalten, könnte ich mir vorstellen. Also, Walking Simulator, but you have a unique camera mechanic, aha, das klingt interessant. Through the camera können wir looken und pick up and use battery, oh ja, oh ja, mit battery, interessant, Outlast, wa? Gut, probieren wir mal, also E, R und Shift, erinnert mich daran. La, 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 fantastic, ja, mindestens, mindestens, so. Forgotten School, a short Japanese VHS Horror. Mhm, danke schön für den Tipp, das ist gut, das find ich gut. Oh, einmal Start. Ich meine, ich hab das auch irgendwo schon mal, oh Mann, das wird ja furchtbar zu komprimieren sein. Where is everyone, I better hurry, I will be late for class. Ich meine, ich hätte das auch irgendwo schon mal gesehen, aber nur so ganz kurz. Oh, egal. Gucken wir mal. Ein Artikel, ach, aha. In Ordnung. Hm, hey, ich probier mal R. Ja, tut sich nix. Ich probier mal E. Ah. Aha. Da haben wir noch einen anderen Filter Record, ja, ist wirklich ein bisschen Outlast. Ja, ist cool. Und ich kann hurryen. Ja, die Optik ist schon cool. Ich weiß allerdings, also, was mir nicht so klar ist, ne? So gucken wir durch die Kamera, ne? Gut, verstehe ich irgendwie. Aber wenn wir nicht durch die Kamera gucken, dann sieht's trotzdem aus, als hätten wir viereckige Augen und eine Scheibe vor den Augen irgendwie. Scheibe vorm Kopf. Komisch, oder? Ist jetzt irgendwie nicht so viel anders. Hm. Egal, genau. Einfach so einen Helm, so einen viereckigen Helm auf oder so. Ja. Okay. Ja, so weit, so gut. Eben, whatever. Kann ich... Ah. Ah, 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 ah. Mit Space kann ich... Was mach ich denn da? Was mach ich denn? Ich hock mich kurz hin. Aha. Vielleicht verbeuge ich mich oder so. Japanese und so. Ja. Also da müssen wir offenbar hin. Deswegen geh ich natürlich erstmal woanders hin. La, 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 la. Aha. Ich will hier alles erkunden. Ich will alles erkunden. Ich will alles haben. Die tiefe Storyline wird uns bestimmt noch an jeden Fleck hier führen, oder? Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Oh, ich... Was? Ich komm in die... Was? Ist das so ein Game, wo man irgendwie keinen zwei Zentimeter hochgehen kann? Ach so. Na gut. Hier hinter ist bestimmt das Easter Egg. Nicht. Okay. Dann ist das woanders. La, la, la. Easter ist ja auch vorbei. Von daher. Na, na. Ja. Ja, war's? War's? Erkunde ich? Zu viel war's? 10 bis 15? Ja, ja. Das ist aber... Das ist kein Zeitlimit. Nee, nee. Das versteht ihr falsch. Ich glaub, man muss das nicht so schnell durchspielen. Es sei denn natürlich, wir kommen jetzt zu spät zum Unterricht und werden deswegen... Ach, abgeschlachtet. Wir sind nämlich klein, oder? Aber ich bin nicht in der Hocke oder sowas, ne? Wir sind sehr klein. Gut. Vielleicht sind wir wirklich ein Kind. Kann sein. School und so, ne? Hm. La, la, la. Ein kleinwüchsiges Kind. Eventuell. Ein Fötus. Praktisch. Ja. Gut. Dann gehen wir mal grob in die Richtung. Ja, ja. Da war eine Tür. Ich... Ja, ja. Da war... Da war... Also hier ist auch eine Tür. Da ist auch eine Tür. Ich geh nochmal zur Tür. Ich kann zur Tür gehen. La, la, la. Weiß nicht, wie man sie bedient. Na gut. Mit E mach ich halt so. Oh. Was? Ich glaub, das ist anders gedacht. Ich glaub, das ist so gedacht, oder? No one knows. Keiner weiß Bescheid. Keiner weiß es. Niemand weiß es. Außer wir. Wir wissen nicht was, aber wir wissen's. Hm. Ich kann halt nicht so lang da durchgucken, weil... Dann ist ja die Batterie alle, ne? Ja, das ist mein Name. Lululululululululululululululululululululululululululululululululul. Das ist bestimmt was. Oder? Ja, ja, ja. Foul ist gut. Was denn? Oh, hier ist noch was. Wer bin ich? Hier, Outcast. Fast die Outlast. Sag ich doch. Sag ich doch. Leiden. Was denn, Tom? Ich geh mal da hoch, oder? Ich geh mal da hoch. Ich geh mal da hoch. Ah, übrigens. Mehr von auch gezockt. Oh, hier kann... Was? Hier kann ich... Was? Hier kann ich nicht. Was? Hm. Leider hab ich jetzt auch keine weitere Batterie, oder? Schade eigentlich. Das ist eigentlich... Also, eigentlich ist das schon schade. Eigentlich. Schon schade. Ich geh mal da hoch. Zwölf Meter noch. Ihr wolltet es ja nicht anders. Jetzt sind's nur noch zwölf Meter. Habt ihr jetzt davon? Hier. Hier, 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 hier. Ah, ja. Zzz. Zzz. Ich muss zuerst die Bibliothek finden. Aha. Hab ich denn wieder neue Batterien? Ja, sieht so aus. Da steht wieder was. Die End. Das Ende. Verlierer. Guck runter. Voll die Verarsche. Hate yourself. Hasse dich selbst. Leblos. Was steht da? Oh, ein... Außenseiter. Ach, der ist auch so da. Ach so. Oh, Geisterschmetterling. Ja, ja. Aha. Gut. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch eine Batterie, oder? Bzz. Bzz. Ja, ja. Kann ich auch. So, jetzt müssen wir wieder nach da unten irgendwie. Ja, ja. Ich will aber doch Nachrichten finden. Hier, guck mal. Ganz viele. Kann auch durch Wände gucken. Beende es. Faul. Geräusche. Nichts. Das Nichts. Sie gucken dich immer an. Nichts. Das Nichts. Niemand. Nichts und niemand. Niemand. No one. No one. No one. So. Das war es schon wieder mit dem Spaß. Ich habe die Kamera nicht weggelegt. Der Akku war ablehren. Offensichtlich. Ich gehe erst mal nach. Ach so. Ich gehe nicht nach oben, weil das geht nicht. Sieht man eigentlich auf Twitch noch irgendwas? Weil hier das krisselt halt so enorm. Das ist super schlecht zu komprimieren. Ich hoffe, ihr seht irgendwas. Und warum gibt es eigentlich Dropped Frames im Netzwerk? Katastrophe. Ich habe doch jetzt voll den Upstream. Was ist denn da los? Und der Encoder war auch ein bisschen am lecken. Das ist eine sehr große Batterie. Das ist eine sehr, sehr große Batterie. Kann ich sie? Ja. Ja. Sieht gut aus. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Batterie. Für welches Gerät ist das denn? Hm. Merkwürdig. Wahrscheinlich nicht für die Kamera, oder? Sloth. Hässlich. Entschuldigung. Ah. Boah. Lalalalalala. Du Faultier. Bitte was? Bitte was? Der ist bestimmt auch in echter. Nee, ist offenbar nicht. Aha. Ach. Äh. Iiii. Augen. Iiii. Was ist denn hier los? You're watching you und so. Äh. Das ist ja ekelhaft. Da müssen wir wohl rein. Also hier nicht. Sondern da. Hier. Probieren wir es. Die Bibliothek sieht irgendwie anders aus. Ja, ja. Können wir... Ja. Ach du Heilige. Jo, das ist krass. Das ist geil. Das ist schon irgendwie gut. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Okay, das ist cool. Was? Failure. Versagen. Wenigstens hält die Batterie ein bisschen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ah, so. Hier ist jemand am Spreien. Hm. Hört die Musik auf, vor Freude. So, und wo müssen wir hin? Also, was ist hier der Plan? Was ist hier der Plan? Hier, hier. Ah, ja, 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 ja. Bin ich tot? Ist jeder, den ich sehe, tot? Okay, da müssen wir offenbar hin. Aha. Unser eigenes Totenbett. Kann ich nochmal durch hier durchgucken? Ja, ha, ha, ha. Lachen. Du hast das getan. Tot. Ja, tot. Moral der Geschichte? Sei nett. Ist ein bisschen laut, oder? Ja. Nur ich? Scheiße. Gilt das jetzt für mich für immer? Press Escape. Key to quit to desktop. Ich find's aber irgendwie gut. Also, ich find's cool gemacht. Also, sowas in... Sowas in lang. Sowas in lang und mit mehr Story. Und mit weniger Moral. Das wär okay. Das fänd ich gut. Hat mich schon so ein bisschen gecreept. Find das irgendwie cool. So mit der Kamera und so. Die Kamera, die kann auch irgendwann lästig werden. Das kenn ich aus Outlasten zu gut. Boah, war ein netter Effekt. Irgendwie cool gemacht. So. Wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt, guckt doch mal in die Beschreibung nach dem H.I.O. Link. Und ansonsten, vielen lieben Dank. Und bis demnächst, dann macht es gut. Und tschüss.